Moin Leute, das war eben total verbuggt, ey! Äh, ich zeige euch mal die Wiederholung, das ist aber cool. Ich habe jetzt hier, äh, Driver runtergeladen, hab mir, hab mir die ganzen, äh... Ja, hab mir alles freigeschaltet und... Können wir mal gucken, war aber, ist aber lustig. Äh, wieso höre ich jetzt nichts? Äh, insane? Wie insane ist denn das? Gutes Mann, ey! Voll verbuggt, ey! Ich weiß zwar nicht, warum ich jetzt nichts höre, aber... Na egal. Auf jeden Fall ist das geil. Das ist lustig. Möbidi, Möbido, Möbidoi, Möbidi, Möbidi, Möbidi... Yeah, oh, BAM! Ich flieg nur die Straße lang, ey! Ah, mein Loi! Nee, das haben wir verpackt, irgendwie. Ich weiß auch nicht, aber es macht auch mal Spaß. Möbidi, 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 Möbidi. Oh, Alter, Mann. Möbidi! Oh, BAM! Mann, ich will noch mal so'n schönen, so'n epischen Unfall haben, der war cool. Aber cool, voll rückwärts salto. Aber das war wirklich verbuggt eben, irgendwie. Was zum BAM, ich habe ein Auto wieder auf der Seite gelegt, die Schadensanzeige grüßt. Oh! 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 BAM! Also nicht wundern, dass da Staaten sie steht, ich habe mir das alles jetzt übersetzen lassen. Google sei Dank. Aber ich hatte ja das hier alles in Spanisch, ey. Oder Mexikanisch, oder wie sieht das aus? Schimpft! Jesus! Oh, bumm! Mann, ich möchte das normal haben. Ähm... Verpiss dich! Verfatz dich, du Fatzke! So. Oh! 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 Juhu! Wui! Oh! Bam! Ist mir süß wie weiter geflogen jetzt! Ehh! Still cool, ey! Das ist so lustig! Ui 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 Oh, BAM Oh, oh Autsch Das war der Baum Das war ein Baum, verdammt nochmal Das ist nicht gut BAM Uah Ey, es ist zu extrem, ne Zu geil Ui Habt's da, verdammt Da, 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 da Ich weiß zwar jetzt nicht, was ich für eine Sprache Besprochen, aber Es wird schon irgendwo Oh Der war cool Der war geil Der war echt geil Muss ich mal wirklich sagen BAM 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 Dreier Dreierpunkt Dreierschrottung Hüi 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 Oh Hüi Oh Autsch BAM Hüi Und auch noch weggeknallt Hüi 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 Das ist echt geil Das ist echt zu geil Ne Leute Was habt ihr mir bloß Was habt ihr mir bloß gezeigt Oh Vollweg gedämmelt Vollweg gesämmelter Teil I I Der sieht ganz schön hinüber aus We Hüi 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 Verdammter Verdammter Mist Mann Das Das Den kriegst du so schnell So schnell Gar nicht Gehalten BAM Wieso müsst ihr mir so eine scheiß Sperre In den Weg stellen Das hätte noch so lustig werden können Aber naja Dafür jetzt Hüi 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 Wie er geflogen ist Wie er geflogen ist Ey das glaubt man gar nicht Wo ist denn der jetzt noch da BAM Hüi 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 Das war cool Hüi 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 Ich finde das so geil Ne Ich könnte das ganze Tag machen ey Das ist cool BAM voll weg gesemmelt einmal das Heck weg geballert so BAM voll ans Auto voll ans Bullenauto geknallt ich schieß nicht mit Patroni schieß mit Autos und das nur auch für Bullen sollen die mal warm machen ooo Velvet das musste irgendwie wehtun ich weiß auch nicht hmm k Und, wow, gekonnt. Weee, oh. Autsch, 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 Autsch. Oh Mann, ja, da wimmelt's ja nur vom Bullen, ne. Ach, so herrlich wie Google, äh, ja, übersetzt, ne. Autsch, statt, neu, statt neu starten, äh, starten sie. Tolle Logik. Naja, gut. Bleh. Boah, what the hell. Bam. Uäh, oh, was zum. Na, schaff ich das? Oh. Ja, ich hab's geschafft, aber nicht. Oh, der wär noch umgekippt. Ihr seid gemein, seid ihr. Den noch so schön umkippen können. Oh, ich hab Hunger, ich weiß nur, wie weit ich essen soll. Bam. Vielleicht ne Potz zum Polizisten oder so. Ja, frisch aufs Dach gelegte Polizisten. Na, das muss doch gut schmecken. Oh. Oh. Bin in Gefahr für allgemein. Nein, oh, was zum. Bam. Bam. Oh. Oh. Oh, jetzt bin ich dran. Schrott. Okay. Insane. Ich werd langsam insane. Äh. Bam. Oh. Voll weggekickt. Voll weggekickt. Das war ja geil. Oh, voll der Rambock gewesen. Ey, ich weiß nicht. Oh, den hätt ich so gern noch gesehen, ey. Der ist so schön geflogen. Oh. Das ist schade. Ich denk nicht, dass das jetzt zu Ende ist. Bam. Oh. Oh, ich darf nicht so laut sein. Ähm. Kliiitsch. Oh. Ähm. Ähm. Haha, kriegst du mich nicht? Hey. Pff. Oh. Gegen Baum geflogen. Hahaha. Das ist doch cool. Ähm. Bam. Oh. Ich hab den voll gegen Baum gesämmelt. Hahaha. 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 Voll gegen Baum gesämmelt, ey. Äh. Ich mach immer noch mit 50 Frames, ey. Bam. Oh. Ich mein, es war ein altes Spiel, aber wenn man so, wenn man schießen kann und, äh, wenn man hier ein bisschen alles, ein bisschen, wenn man so ein Auto fährt und schnell ist und die ganzen Bugs, äh, äh, ja, wiedergeben kann praktisch damit, dann macht das schon Spaß. Also, oh, au. Ui. Oh. Oh. Das war cool. Das war so viel Spaß, ne? Jetzt glaubt man gar nicht. Das war so. I just failed. Da, 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 da. Die Polizei failed hier an laufende Bahn. Boom. Oh. Oh. Ich hab die voll. Die hab die voll weggesämmelt, ey. Oh. Ich mag die Auffahrt. Mal andersrum fahren. Mir ist mal so. BAM! Boah, das hat das Auto geballert. Ähm, quietsch! Gleich ne Radkappe verloren. Wie öde. Hoi! Joi! Ohohohoho! BAM! Arme doll. Das ist so geil, ne? Quietsch! Haaa! Keine Radkappe verloren. Guckst du hier. Oho, au! Jetzt aber! Ohohoho! Ohohoho! Geiler Stunt, alter... Ich schrotten, blöder P... Oder ich schrottet mich. Oh, jetzt ist ich schon heiße. Ich müsste weniger schreien und kreischen. Und schon wieder in eine Wattkappe flöten gegangen. Was wollte ich denn eben sagen? Wattkappe? Äh, Kappe? Oder Kie? Äh, keine Ahnung. Autsch! Och Mann, das macht doch keinen Spaß. Wenn er rumfliegt, dat macht Spaß. Dann musst du dich wie gegenfliegen. Wie so'n Vogel, äh. Ich bin frei wie ein Vogel. Deswegen fliege ich gleich da runter. Oing, oing, ooooh. BAM! Ey, wie... Das Auto muss geflogen sein, ey. Hammer doll. Die... Tsch- Ki-i-i-i-sch! Juo... Schon wieder in der Radkappe flöten gegangen. Nnnn-n-n-n-n-n-n-n Ich... Klar, ja, ich mach den Digamben- Fun. Nnnnnne-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-p. Autsch! Nein. Utsch. Okay. Nein. Pfft. Abgesoffen. Nochmal neu machen. Nee. Oh, falsche Seite. Nee, bom! Oh, ey, knallt. Au, au, schon wie aufs Dach gelegt. Nee, das ist total cool. Ich bin insane, insane, insane BAM Hier zwei Autos mit einem Schlag aufs Dach gelegt, Alter, mach das mal nach BAM 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 Oh mein Loll Mit Trabi, so Trabi Ich bin voll insane heute, ich weiß auch nicht Nee, BAM Deswegen mach ich so insane Sachen wie Driver, äh, ja Driver zocken auf Awesomeness hier irgendwie, keine Ahnung Boah Was? Zum Ich bin irgendwie bescheuert heute, ich weiß auch nicht Das merkt man aber Man merkt das Man merkt's Autsch Autsch Aha, krieg ich mich nicht Ich bin zu schnell Oh Ja, zu schnell Schrott Mann, das ist doch gemein So, einmal mach ich noch Und dann bin ich Werde ich beenden Die Aufnahme Nö 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 Wie ich den eben weggekickt habe, ey. Wie so ein Fußball, ey. Oh, was zum. Muss hier mal loskommen hier. Fußgängerzone. So. Die Antwort auf alles Fußgängerzone. Aua. Oder Schrott. Mann, Mann, ich will noch mal. Dann mache ich mir was futtern. Ich habe nicht Hunger. BAM! 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 Wie geil. Oh, da fliegt. Da hinten ist er eben aufgekommen. Das ist ja cool. Wenn was geiles kommt, dann muss ich immer noch mal machen. Könnte ja noch mal passieren. Oder könnte noch was geiles passieren. Möpidi 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 Möp Autsch, Autsch. Nöööö, nöööö. Einmal runterfahren, bitte. Boah. Mich jetzt beinahe auf die Seite gelegt. Aber nur beinahe, leider. Na gut, wäre nicht so schön gewesen, wenn ich jetzt... BAM! Alter! What the fuck? Wo ist denn der hingeflogen? Wo ist der hingeflogen? Ey Leute, der ist voll weggeflogen. Der hat sich voll in die Lüfte erhebt. Oh, ich glaube, ich gehe gleich kaputt. Äh, BAM! Schade. Aber ey, der hat sich voll in die Lüfte erhoben, ey. Ey, wie geil. Ich lade das noch ein Stück hoch. Ja, BAM! Oha. Ohohoho. Hallo, du liegst ein bisschen auf dem Dach, dreh dein Auto mal um. BAM! Oha. Oha, wie so ein Keil. Ich treib den Keil zwischen zwei Autos. Oha. Ich bin der Keil, ich bin der Keiltreiber 3000. Wow! Ich habe eben nichts gesehen. Überhaupt nichts. Keiwitsch. Ui. Ich muss jetzt mal wieder die Straße finden. So, einmal mal... Das ist jetzt aber wirklich das Ende. Weil dann lade ich es hoch. Huiii. BAM! Oh, wie schön der fliegen kann, ne? Du Fliege-Schöder. Och. BAM! Huiii. Pfff! OOOH! Das will ich mir nur mal angucken Das sah ja so geil aus Naja gleich passiert's Gleich Na komm Komm schon Andere Kamera Oh Na gut See you later Leute Sorry Leute ich muss noch was stören Hallo wie hab ich denn Wie hat Google das denn übersetzt Stornieren und Ich scheiterhaufen Wie geil Ist das denn So jetzt aber wirklich See you later Leute